Wir sind die Familie Sonnekalb, betreiben hier in Kleinheringen das Hotel Sonnekalb mit so einigen Eigenheiten. Wir haben zum Beispiel eine kleine Straußenfarm dran, ein Museum, bieten an den Radwegen von Saale und Illen verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Preislagen und eine Gastronomie, die so ein paar besondere Sachen hat, die wir nur speziell anbieten hier. Unsere Strauße von der Sache her, die sind ja ein bisschen eigenwillig, etwas groß, sie legen große Eier und man kann sie nicht einfach so halten, man muss von der Sache her schon etwas anbieten, den Tieren gewisse Größe an Fläche und auch ein besonderes Futter, dass die mehr oder weniger hier die Eier für uns produzieren, die Eier, die wir dann brauchen. Zum einen für den Eierlikör, für das Kuchenbacken und natürlich auch von der Sache her für das Frühstücksei. Bei uns gibt es öfters mal Frühstücksei vom Strauß. 的 Kuchenbacken und genauer